Du hast Lust auf deine eigene Kochshow? Mit wunderbaren Produkten, einer kompetenten Beraterin und einem großartigen Event für deine Familie und Freunde? Prima, denn außer den vielen und attraktiven Vorteilen, die du als Gastgeber erhältst, kannst du sogar unter drei verschiedenen Möglichkeiten wählen, wie du deine Kochshow gestalten möchtest. Live-Kochshow. Bei dir zu Hause. WhatsApp? Direkt über deine WhatsApp-Gruppe? Online im Internet. Schalte deine Freunde einfach virtuell dazu. Neugierig? Dann einfach Pampert-Chef-Beraterin suchen, Termin vereinbaren, Freunde einladen. Und schon könnt ihr euch zusammen auf ein großartiges gemeinsames Erlebnis freuen. Du hast dich für die Live-Kochshow entschieden. Deine persönliche Beraterin kommt zu dir nach Hause und ihr schließt zusammen die Gastgebervorbereitungen ab. Die Pampert-Chef-Beraterin bringt natürlich alles Wichtige mit und erklärt dir vorab Wissenswertes über den Verlauf der Live-Kochshow. Und dann kann die Show beginnen. Deine Freunde klingeln an der Tür. Nach einer kurzen Kennenlernrunde startet ihr damit, gemeinsam euer ausgesuchtes Gericht zuzubereiten und die unverwechselbaren Produkte von Pampert-Chef direkt live vor Ort auszuprobieren. Nach der leckeren Verkostung können deine Freunde und du eure Wunschprodukte direkt aus dem Pampert-Chef Produktkatalog auswählen. Während der Kochshow beantwortet eure Beraterin alle aufkommenden Fragen zu den Pampert-Chef Produkten und wie ihr leicht und zeitsparend leckere Gerichte auf den Tisch zaubern könnt. Du hast deine Freunde über WhatsApp direkt zu deiner virtuellen Kochshow-Gruppe eingeladen. Ihr trefft euch dort gemeinsam mit deiner ausgesuchten Beraterin in der von dir als Gastgeberin erstellten WhatsApp-Gruppe. Während der Kochshow erhalten du und deine Gäste spannende Einblicke in die Welt der Pampert-Chef Kochkunst und umfassende Erklärungen zu allen aufkommenden Fragen. Ihr stöbert zusammen durch den virtuellen Pampert-Chef Katalog und wählt aus einer Vielzahl von hochwertigen Produkten eure neuen Lieblinge und könnt diese dann einfach und unkompliziert nach Hause liefern lassen. Du hast dich für die Online-Kochshow über das Internet entschieden. Deine Live-Kochshow findet bei dir zu Hause gemeinsam mit deiner Beraterin statt. Oder deine Beraterin organisiert die Kochshow selbstständig und du lädst ganz unkompliziert deine Gäste ein. Ihr trefft euch daraufhin online und könnt die Kochshow zusammen mit euren Freunden und eurer Familie live über das Internet erleben. Während der Show erhaltet ihr ausgewählte Videos unserer Pampert-Chef Produkte, spannende exklusive Rezepte und umfassende Erklärungen zu allen aufkommenden Fragen. Ihr stöbert gemeinsam durch den virtuellen Pampert-Chef Produktkatalog und bestellt aus einer Vielzahl von hochwertigen Produkten eure Favoriten, welche euch im Anschluss direkt nach Hause geliefert werden. Es spielt keine Rolle, für welche der drei Varianten du dich entscheidest. Du profitierst als Gastgeberin auf jeden Fall von unserem Bonusprogramm und erhältst nach dem Event dein persönliches Bonuspaket von Pampert-Chef. Je nach Höhe des Gästeumsatzes bei deiner Kochshow erhältst du von Pampert-Chef einen entsprechenden Wert, den du für dein persönliches Lieblingsprodukt einlösen kannst. Des Weiteren erhältst du bis zu drei Produkte zum halben Preis und weitere Rabatte mit bis zu 30 Prozent Nachlass. Worauf wartest du noch? Buche jetzt deine Online-Kochshow bei deiner Beraterin. Pampert-Chef – mehr Spaß am Kochen!